Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Wir kommen zu Xpeng und die Aktie schauen wir uns im Tageschart an, im gesamten Chartverlauf zurück bis 2020. Habt das bitte mal auf dem Schirm. Xpeng ist hier abgeprallt an dem übergeordnet großen Abwärtstrend. Der hat jetzt damit hier seinen dritten Berührungspunkt eben mit dem Top, was wir uns abgeholt haben hier am Freitag, den 28. Wir sind jetzt von diesem Top auch deutlich bereits zurückgekommen bei Xpeng hier zum jetzigen Zeitpunkt um 23,5%. Wir hatten sie schon mal im Video, da hatte ich angekündigt, dass wir sie wieder mit reinpacken, wenn sie sich hier nochmal diesem Aufwärtstrend nähert. Ich finde das nicht unspannend. Auch siehst du hier das erste All-Time-Low bei Xpeng war hier im Bereich von circa 17 US-Dollar. Oder das ist hier diese Zone, die wir gehighlighted haben, zusammen dann eben mit den Supports, die wir gesehen haben am 14. März hier im Bereich. Nochmal unter dem 11. Mai und dann auch nochmal hier am 26. Mai hier bei 20 US-Dollar. Zwischen 20 und 17,20 Dollar sehe ich hier eine sehr interessante Zone bei Xpeng. Auch siehst du hier den Aufwärtstrend seit dem Tief, was wir gesehen haben am 31. Mai. Den wollen wir nicht gebrochen sehen, ansonsten müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass Xpeng hier in dem großen Wedge nochmal runterkommt auf die Support-Linie und hier dann im Endeffekt auch die 200-Tage-Linie sich nochmal abholt. Das wären dann hier nochmal Kurse zwischen 11 und möglicherweise 10 US-Dollar. Ganz wichtig, Xpeng hat hier deutliche Downside nochmal, vor allen Dingen wenn dieser Trend bricht, potenziell sogar bis zu 50%. Ab dem Zeitpunkt von dem Trendbruch hier nochmal bis zu 42%. Also Kurse unter 17,20 sind hier sehr sehr kritisch bei der Aktie. Aber ich finde es durchaus interessant, habt ihr aktuell auf der Watchlist, wenn wir die hier in diesem Bereich jetzt bekommen. Möglicherweise dippt ihr nochmal ein bisschen stärker runter, macht hier diese Kurslücke zu, die wir geöffnet haben am 24. Juli. Zusammen mit der 20-Tage-Linie könnte das dann hier herrlicher Support sein. Und ganz wichtig, richtig bullisch wird die Aktie erst, wenn wir deutlich hier aus den 20 US-Dollar wieder ausbrechen und wenn wir diesen großen Abwärtstrend hinter uns lassen können, dann durchaus Kursziele denkbar hier im Bereich 31 bis 35 US-Dollar. Macht ihr aber auch bitte völlig klar, wenn wir diese Bewegung bekommen, wenn uns die Aktie hier durchrutscht unter die 17,20, dann hat die hier nochmal deutlich mehr Downside-Potenzial. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. PayPal schauen wir uns zuerst im langfristigen Tageschart an. Ich möchte euch in erster Linie den wichtigen Aufwärtstrend zeigen, unter dem wir aktuell jetzt gebrochen sind bei PayPal. Die Aktie kam gestern nachbörslicher stark unter Druck, teilweise 10% im Minus. Der Boden wurde jetzt hier leicht gekauft, wir schauen uns auch gleich die aktuelle Situation natürlich nochmal im Detail an. Es gibt hier noch ein Support-Level, was wir jetzt auf dem Schirm behalten. Allerdings muss man ganz klar dazu sagen, unter das Level von 71 US-Dollar, wo wir zuletzt immer wieder drüber gesprochen haben, wichtiger Support. Aber auch unter das Level von 69 und damit unter den Aufwärtstrend seit den 52 Wochentiefs und eben auch unter den All-Time-Aufwärtstrend ist die Aktie jetzt für den Moment gebrochen. Ihr wisst, es ist nicht die erste Preis-Action, sondern immer, was der Markt daraus macht. Aber das war jetzt definitiv hier mal ein Warnsignal. Wir schauen uns gleich im nächsten Clip an, wie der Markt sich jetzt hier verhalten kann und vor allen Dingen, was wir sehen wollen aus bullischer Sicht für PayPal. Wichtig ist auf der linken Seite zu verstehen, dass unter dem Level, und hier können wir uns auch mal eine horizontale Linie drüberlegen, hier auf das tiefste Tief, was wir hier sehen aus dem Jahr 2017. Und das sind hier diese 68,50, da legen wir uns mal eine horizontale Linie drauf. Und wir haben dann hier noch einen Mini-Support im Bereich von 66,50 und das ist hier auch das Tief aus dem Dezember 2022. Und hier hat der Markt jetzt vorläufig auch mal gekauft. Das ist hier durchaus nochmal ein wichtiges Level. Allerdings eben gleich dazu jetzt eben potenziell die starke Seite zur Downside. Und wenn wir jetzt hier einen korrektiven Anstieg sehen, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Wir lassen uns diese Zone jetzt hier im Chart. Und wenn PayPal da durchbrechen sollte, dann müssen wir wirklich davon ausgehen, dass es hier möglicherweise sogar nochmal zum, zur Attacke kommt auf die 52 Wochentiefs im Bereich eben der 58 US-Dollar. War jetzt gestern ein herber Schlag ins Kontor. Die Zahlen an sich waren nicht schlecht, aber das müssen wir jetzt eben so aktuell auch auf dem Schirm haben und akzeptieren. Der Wall Street reicht aktuell nicht schlecht, einfach nicht. Wir hatten durchaus vernünftige Earnings auch im Rahmen der Erwartungen, aber eben die Erwartungen lagen jetzt durchaus hoch. Vor allen Dingen in PayPal auch relativ stark gestiegen zuletzt. Und eben Unternehmen, die gerade so im Rahmen liefern, die reichen aktuell eben nicht mehr aus, um die Wall Street weiter zu begeistern. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Man könnte mit anderen Worten auch sagen, die Wall Street sucht aktuell Gründe, um Gewinne mitzunehmen. Wir schauen uns jetzt hier den aktuellen Tageschart an. Du hast hier die Pre-Market-Linie. Hier beginnt aktuell bei 67,50 Dollar. Also hier mitten in dieser Zone, die wir uns gerade eingezeichnet haben. Wir sehen hier auch den Support von den Bollinger-Bändern im Tageschart. Und hier auch die 50-Tage-Linie. Du hast hier aktuell wichtigen Support bei PayPal. Was wir jetzt sehen wollen, wir sehen diesen Aufwärtstrend seit den 52-Wochen-Tiefs. Den nehmen wir jetzt hier mal raus oder zumindest in den Hintergrund. Den haben wir jetzt für den Moment gebrochen. Was wir allerdings definitiv meiner Meinung nach sehen wollen, ist, dass der Markt jetzt die Aktie hier wieder kauft. Über die 69,50, auch wieder über dieses Gap, was wir eben zuletzt gesehen haben und diesen übergeordneten Aufwärtstrend zurückerobert. Es spricht absolut nichts dagegen, dass sich hier ein neuer Aufwärtstrend formt. Denn wenn wir uns hier den ersten Anstieg eben abmessen, dann sind wir jetzt auch mitten eingetaucht in die Golden Zone. Die Golden Pocket, nur als Information, wenn es jetzt hier wirklich noch einen Dip geben sollte, der sich nochmal etwas fortsetzt, wäre hier bei 65,60 Dollar und 66,50 Dollar ist eben dieses wichtige Level, was wir hier nochmal gesehen haben. Drunter geht es aber wirklich senkrecht zur Downside und wir haben eben auch sehr, sehr tief noch eine offene Kurslücke aus der Vergangenheit offen bei PayPal. Habt das mal auf dem Schirm, die kann sich jetzt hier fangen, absolut nicht ausgeschlossen. Aus der Trade-Position sind wir ohnehin raus im Take-Profit hier oben. Das ist geschlossen, aber wer jetzt hier auf HODL-Basis in der Aktie drin ist, wer hier ein Investment bei PayPal hat, das muss man ganz klar auf dem Schirm haben, die kann sich hier definitiv fangen. Sollten wir allerdings unter die 65,60 Dollar brechen, dann ist es meines Erachtens auch vorprogrammiert, dass die Aktie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, sich hier unten im Rahmen des 78er und 88er Fibonacci zu versuchen, Support abzuholen. Das wären dann hier 62 bis 60 US-Dollar. Aktuell wichtig, PayPal kann sich hier fangen. Was wir allerdings sehen wollen, um hier wirklich auch vor allen Dingen kurzfristig bullish bleiben zu können, dass wir hier in der Golden Zone jetzt starken Kaufdruck sehen und dass PayPal dann wieder über die 69 und dann natürlich im weiteren Umfeld über die 71 US-Dollar steigt. Dann kann sich hier ohne weiteres ein frischer Aufwärtstrend bilden. Sollten wir hier nochmal durchrutschen, dann habt ganz klar hier diese Zone auf dem Schirm zwischen 62, 70 und 61 US-Dollar. Shopify schauen wir uns zuerst im etwas längerfristigen Chart an, zurück bis 2018. Wir müssen hier ganz klar horizontale Level auf dem Schirm haben und vor allen Dingen auch einen Aufwärtstrend. Wir schauen uns diesen Bereich noch gleich im Detail an. Es ist nicht unspannend. Shopify nähert sich jetzt hier wieder dem wichtigen Support-Level und dem Aufwärtstrend. Wichtig ist, dass wir hier 60 US-Dollar auf dem Schirm haben. Das war das Top vor dem Corona-Crash und da sind wir aktuell drüber. Und das ist von der gesamten Downside jetzt hier auch das 23er Fibonacci. Hier sind wir ausgebrochen und das können wir jetzt hier als Support testen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass wenn Shopify hier unter die 60 US-Dollar brechen sollte, dass wir dann auch den Aufwärtstrend brechen und dann halte ich hier einen Backtest von der Zone im Bereich. Man muss dann ein etwas größeres Fenster aufmachen, eben die Golden Zone von der gesamten Rallye. Zwischen 50, aber auch durchaus einen Dip in dem Bereich 40 US-Dollar halte ich dann für denkbar. Hier sehen wir dann auch die 200-Tage-Linie. Aber ganz wichtig, habt es aktuell auf dem Schirm, die ist hier noch überwichtig im Support. Ich halte 60 US-Dollar hier durchaus für ein interessantes Level, möglicherweise auch für eine spekulative Position bei Shopify. Weil ganz klar ist, wenn sie da drunter bricht, dann wollen wir erstmal mit der Aktie nichts zu tun haben. Auch wichtig ist, es waren gute Zahlen, die wir gestern nachbörslich bekommen haben. Umsatz positiv überrascht, beim Earnings per Share auch positiv überrascht. Aber wir sehen es aktuell immer wieder, die Wall Street, sie sucht aktuell Gründe, um Gewinne mitzunehmen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und jetzt sind wir hier im aktuellen Bild und schauen uns die Situation mal ganz genau an. Wir sehen jetzt Pre-Market 61 Dollar und 64 Cent. Habt mir bitte hier die 60 US-Dollar auf dem Schirm. Das ist eine ganz wichtige Supportzone. Vor allen Dingen, weil wir jetzt eben auch zuletzt sehen, hier übergeordnet steigende Hochs, steigende Tiefs. Man könnte sich hier möglicherweise sogar einen Trendkanal drüberlegen. Ich möchte nicht ausschließen, dass sie da nochmal drunter dippt. Und wichtig ist aber auch, habt mir bitte hier ganz klar vor Augen, dass wenn wir durchbrechen, dass es dann problematisch ist. Die Aktie hat hier vor allen Dingen dann auch noch tief eine Kurslücke offen. Und wenn wir uns dann hier mal diese gesamte Rallye abmessen, eben entsprechend den Trendbruch, dann sehen wir, dass eben alles drin ist. 38er Fibonacci wichtig. Hier oben ist nicht nur das 23er Fibonacci der gesamten Downside, sondern auch das 23er Fibo der Rallye. Du aktivierst hier multiple mehr Downside. Das muss ganz klar sein. 60 US-Dollar ist hier Make or Break für Shopify. Ansonsten sehen wir hier das Ziel zwischen 53 und eben hier unten den 42 US-Dollar. Hier ist der Nego Olden Pocket, hatten wir eben auch gerade drüber gesprochen. Auch wichtiger Support und auch die Kurslücke wäre dann natürlich geschlossen. Die wäre auch bereits beim 50er Fibonacci bei 48 US-Dollar geschlossen. Wichtig, Shopify kann hier bullisch sein. Shopify kann auch nochmal hier deutlich mehr Aufwärtspotenzial haben. Dann muss der Markt hier aber im Bereich zwischen 62 jetzt und 60 US-Dollar hier zugreifen. Zeichnet ihr auch ganz klar diesen Konterabwärtstrend ein. Preisalarm drauf, dann bist du hier definitiv schon mal gewarnt, wenn Shopify hier wieder bullisch wird. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.